... im Transportwagen der Feuerwehr gebracht. Und wie man sieht, es dauert nicht lange, bis die Stimmung der jungen Hunde wieder steigt. Der Transporter mit ungarischen Kennzeichen soll einem Paar gehören, das die Tiere angeblich von Ungarn nach Großbritannien bringen wollte. Die Händler verwickelten sich aber in Widersprüche. In der unklaren Lage wurden die Hunde zunächst in ein Dortmunder Tier.